Also das fällt mir auch auf. Es sind ganz viele Patienten hier, aber man wird als Patient gesehen. Man wird als Einzelperson, als Mensch gesehen und auch dieses Kümmern, egal vom Abholen bis ich auf dem Stuhl sitze, es geht um mich. Es geht zwar auch um viele andere, aber in dem Moment fühle ich mich versorgt und auch die ganze Technologie, die hier zur Verfügung steht, das habe ich. Ich meine, ich werde 60, das habe ich nie kennengelernt. Ja, und deshalb, ich bin überzeugt und meine Freundin, die hat mir geglaubt, wie gesagt, sie ist jetzt hier als Patientin.